Mit unserem vielfältigen Schlauch- und Armaturenprogramm von über 6500 verschiedenen Positionen können wir Ihre technischen Anforderungen auch in diesem Bereich flexibel erfüllen. Wir konfektionieren Schlauchleitungen für den Nieder-, Mittel- und Höchstdruckbereich nach Muster-, Zeichnung- oder speziellem Kundenwunsch. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern freuen wir uns schon heute auf Ihre zukünftigen Herausforderungen.